Mein Name ist Michael Werner, ich bin der Geschäftsführer und Besitzer der Firma Fresh Breeze und wir stellen und entwickeln unsere Leitflugzeuge. Die Hauptabnehmer sind zurzeit USA, Korea, China, ja, weltweit. Es sind die besten Ultraleichtflugzeuge der Welt, weil sie sind besonders leicht, leise und leistungsstark. Niedersachsen ist ein tolles Land, weil es ist von der Infrastruktur für uns hier perfekt. Wir haben Autobahnen, zwei Stück, A7, A2, einen Flughafen vor der Tür und wir können überall fliegen, weil nichts im Weg steht. Es ist gut, dass die Luftfahrtunternehmer in Niedersachsen sind. Wir tauschen uns bei verschiedenen Meetings zusammen aus und es ist durchaus so, dass eben so Netzwerkverbindungen entstehen, dass einer für den anderen was fertigt oder berät oder weiterhilft. Wir haben Förderprogramme vom Land Niedersachsen erhalten und da haben wir uns beworben mit diesem elektrifizierten, fliegenden Auto. Das befand man für sehr innovativ und das hat bis jetzt prima geklappt. Ich persönlich schätze an Niedersachsen eigentlich die Bevölkerung, sind eigentlich alle ziemlich entspannt. Der Süden sagt immer, wir werden alle im Norden so störrisch, aber ist gar nicht so. Die Leute sind eigentlich, wenn man sie einmal angesprochen und angelächelt hat, sehr entspannt und man kann hier eine Menge Freundschaften knüpfen. Begleiter точки stolen auch. Untertitelung des ZDF, 2020